Ich rufe den Tagesordnungspunkt 67 auf, das ist der Antrag auf eine Aktuelle Stunde der Fraktion der Freien Demokraten, vom Wurstskandal bis zur Gammelgurke. Die Landesregierung duckt sich bei Lebensmittelsicherheit weg, Drucksache 19-8433 aus 20, zusammen mit Tagesordnungspunkt 45. Das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Lebensmittelüberwachung nach wie vor unzureichend. Hessen brauchte Neuausrichtung der Lebensmittelkontrollen, Drucksache 19-8398 aus 20, zusammen mit Tagesordnungspunkt 71, das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Überwachung der Lebensmittelsicherheit in Hessen, Drucksache 19-8452 aus 20, zusammen mit Tagesordnungspunkt 73, das ist der Dringliche Antrag der Fraktion DIE LINKE, Lebensmittelüberwachung in Hessen muss in einer unabhängigen Landesanstalt neu organisiert werden, Drucksache 19-8458 aus 20. Ich glaube, das haben wir jetzt. Das habt ihr da alles beantragt, nicht ich. Als erste Rednerin hat sich Frau Knell von der FDP gemeldet. Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Hessen hat einmal wieder deutschlandweite Aufmerksamkeit erregt. Rund zweieinhalb Jahre nach Wilke-Wurst haben wir nun mit den Gammelgurken aus Gernsheim einen großen Lebensmittelskandal. Die Parallelen zum Fall Wilke sind deutlich. Wieder sind es Listerien, wieder sind Menschen erkrankt, und leider ist auch diesmal wieder ein Mensch gestorben. Wieder waren offenbar Slicer-Maschinen das Problem. Wieder waren es katastrophale Hygieneprobleme. Man hat von Rattenkot und massenhaft Schimmel Bilder sehen können. Wieder wurde der Betrieb von Vorbekanntwerden des Skandals nicht kontrolliert. Frau Ministerin, Sie haben im Ausschuss gesagt, der Fall im Gernsheimer Salatschneidebetrieb Maus sei kein Skandal. Das muss man wirklich einmal sacken lassen. Die oberste Verbraucherschützerin des Landes Hessen hält es nicht für einen Skandal, wenn Menschen in Hessen an verunreinigten Lebensmitteln erkranken und sterben. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Alle Prozesse nach Bekanntwerden hätten ja funktioniert, sagen Sie, es sei schnell reagiert worden. Ich sage Ihnen aber, wenn Menschen an verunreinigten Lebensmitteln erkranken und sogar sterben, dann ist das eine Tragödie, und es ist ein Skandal. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Es ist wirklich ungeheuerlich, dass Sie das nicht einsehen, und das, obwohl Sie die Fachaufsicht haben und wieder jegliche Verantwortung von sich weisen. Ja, die Ausmaße sind vielleicht nicht die gleichen wie beim Fall Wilke. Damals sind bekanntermaßen auch mehr Menschen gestorben. Aber man kann die Größe eines Skandals nicht davon festmachen, wie viele Tote es gab. Frau Ministerin, hören Sie bitte auf, Nebelkerzen zu werfen. Es bestreitet niemand, dass nach Bekanntwerden der Missstände schnell gehandelt wurde. Darum geht es auch nicht. Es geht um die Zeit zwischen Wilke Wurst und dem Fall im Betrieb Maus in Gernsheim. In dieser Zeit haben Sie Briefe verschickt an die Landräte. Es gab auch einige Erlasse aus Ihrem Ministerium. Entscheidend ist aber, dass Sie keine Verbesserungen erreicht haben. Nur 53 % der Pflichtkontrollen haben im Jahr 2020 stattgefunden. Das heißt also, fast jede zweite ist ausgefallen. Das ist ein eklatanter Missstand. Den gab es schon vor Corona. Aber Corona hat die Situation vielerorts dann noch verschärft. Und das, obwohl man eigentlich denken könnte, wenn zu Corona-Zeiten die Gastronomie geschlossen sein musste, hätten die Leute vielleicht Zeit gehabt für Risikobetriebe wie den Betrieb Maus. Frau Ministerin, wir erneuern heute unsere Forderung, mehr Zuständigkeiten für die Lebensmittelüberwachung auf die Landesebene zu holen. Die Verantwortlichkeit für die Hygienekontrollen und auch für Probeentnahmen für die Betriebe, wo das Risiko hoch ist, z. B. wenn Krankenhäuser beliefert werden, das gehört auf die Ebene der Regierungspräsidien. Vielleicht gilt das auch für Warenzentrallager. Die sind sozusagen auch ein Flaschenhals und müssen deswegen auch besonders kontrolliert werden. Es mangelt aber nicht nur an Pflichtkontrollen, sondern offenbar auch an Wissen darüber, wie mit Hochrisikobetrieben umzugehen ist. Die Missstände bei der Firma Maus hätten bei einer einzigen Kontrolle auffallen müssen. Wenn man sich die Fotos anschaut, sieht man dann auch stehendes Wasser mitten im Betrieb. Da ist doch klar, dass der Betrieb auch baulich gar nicht geeignet war, mit frischem Gemüse zu hantieren. Deswegen glauben wir, dass eines der Regierungspräsidien federführend für die Koordination und Organisation der Lebensmittelkontrollen in den Hochrisikobetrieben, Großhandelsbetrieben und Warenzentrallagern zuständig sein muss. Dazu braucht es ein Experten-Team bei diesem Regierungspräsidium, keine zweite Taskforce, sondern ein Team aus Lebensmittelchemikern, Fachjuristen und Veterinären. Was es aus unserer Sicht auch braucht, ist eine Staatsanwaltschaft, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für den Bereich des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. Ja, Sie sagen immer, es gibt schwarze Schafe. Die gibt es überall. Aber in Hessen können sich die schwarzen Schafe sicher fühlen. Das ist ein Zustand, den man ganz dringend beenden muss. Wir brauchen eine schnelle und konsequente Strafverfolgung in diesem Bereich. Das sind hoch spezialisierte Fragen, um die es da geht. Deswegen glauben wir, dass es angemessen wäre, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft einzurichten. Frau Ministerin, es ist jetzt an der Zeit zu zeigen, dass Sie nicht nur grüne Wohlfühlprojekte umsetzen wollen, sondern dass Sie den Verbraucherschutz in Hessen ernsthaft nehmen. Erst kommt die Pflicht, und dann kommt die Kür. Ihre Pflicht ist es, die Missstände in der hessischen Lebensmittelüberwachung schnellstmöglich abzustellen. Vielen Dank, Frau Knell. – Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Arnoldt zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt eine Reihe von Punkten, bei denen wir uns sicherlich einig sind. Erstens. Die hygienischen Zustände in dem betroffenen Gemüsebetrieb in Groß-Gerau waren absolut inakzeptabel. Es darf nicht sein, dass ein Betrieb seine Pflichten zur ordentlichen, sauberen und hygienischen Produktion von Lebensmitteln in so eklatanter Weise verletzt. Dass dadurch Menschen zu Schaden gekommen sind, macht uns alle sehr betroffen. Dieses nicht ordentliche Arbeiten des Betriebs ist das eigentliche und zentrale Problem. Es muss jetzt staatsanwaltschaftlich geklärt werden, ob dies auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Zweitens. Der Betrieb ist von den zuständigen Behörden des Kreises Groß-Gerau nicht ausreichend kontrolliert worden. Sowohl die Anzahl der Kontrollen als auch der Umfang der Kontrollen waren ungenügend. Ob man das nun gut findet oder nicht, es ist Fakt, dass die Kreise für diese Kontrollen zuständig sind und diese in ihrer eigenen Zuständigkeit und Verantwortung organisieren. Dies hat der Landrat auch eingeräumt, und der Kreis hat Konsequenzen gezogen. Ob diese Konsequenzen ausreichen, muss jeder für sich beurteilen. Drittens. Die Fachaufsicht über diese Kontrolle liegt im Umweltministerium. Richtig ist dabei, dass die Fachaufsicht nach Bekanntwerden des Falles sehr schnell und entschlossen gehandelt hat. Gerade die Taskforce hat sich in diesem Fall bewährt und den Kreis dabei unterstützt, schnell und konsequent die nötigen Maßnahmen zu ergreifen und insbesondere den Betrieb schnell und rechtssicher zu schließen, um weitere Schäden zu vermeiden. Das hat gezeigt. Für den Alarmfall haben wir uns nach Wilke gut aufgestellt, und es hat deutlich besser geklappt als bei Wilke 2019. Es stimmt aber viertens auch, wir müssen darüber sprechen, wie wir gemeinsam zwischen den Ebenen Land und Kreis noch bessere Lösungen finden, damit solche Kontrolllücken wie hier in Groß-Gerau zukünftig nicht mehr entstehen. Das Land hat hier auch dank der Anregungen des Landesrechnungshofs eine Reihe weiterer Angebote gemacht, wie die Kreisbehörden unterstützt und auch entlastet werden können. Ich will die Einzelheiten hier aus Zeitgründen nicht nennen. Einiges steht in unserem Antrag auf. Aber es ist klar, dass das Land hier bereit ist, noch mehr zu helfen und zu unterstützen. Zusätzlich zur Unterstützung müssen wir aber auch über echte Aufsicht sprechen. Wir haben gehört, dass Ministerin Hinz die Kreise gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mehrfach aufgefordert hat, die risikoorientierte Kontrolle der Unternehmen unbedingt aufrechtzuerhalten, auch wenn Mitarbeiter verständlicherweise krank oder im Homeoffice waren. Einige Kreise haben diese Aufforderung und Erlasse allerdings nicht oder zumindest nicht ausreichend umgesetzt. Dass dies keine Konsequenzen hatte, müssen wir aufarbeiten und im Dialog mit der kommunalen Familie klären. Was hier aber nicht geht, und da geht meine Kritik vor allem in Richtung SPD, Sie stellen sich hin und kritisieren allein Ministerin Hinz. Herr John hat der Ministerin in einer Pressemitteilung explizit fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Lieber Herr John, hier sollten Sie sich wirklich einmal selbst hinterfragen, ob das ein angemessener Umgangston ist. Ein angemessener Umgangston, wenn Sie hier implizieren, Frau Hinz hätte, Zitat, bewusst den Verlust von Menschenleben in Kauf genommen. Das ist falsch, das ist unanständig, und das weise ich ausdrücklich zurück. Ihre Landesvorsitzende, Frau Faeser, hat am Wochenende ausführlich über den Fall Maus gesprochen und Frau Hinz ebenfalls zum Rücktritt aufgefordert. Es ist immer das Recht der Opposition, alles Mögliche zu fordern. Aber ich erlaube mir festzustellen, die Verantwortung für die mangelnden Kontrollen bei Wilke lag bei einem SPD-Landrat. Dieser Landrat in Waldeck hat diese Verantwortung nicht bestritten. Er hat Abläufe geändert, hoffentlich verbessert und ist weiterhin im Amt. Frau Anhalt, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Die Vorsitzende der Partei, bei der die Verantwortung vor Ort liegt, fordert den Rücktritt der Ministerin als Aufsichtsbehörde. Wir sprechen über die Forderungen der SPD zur Übernahme von Verantwortung, wenn die zuständigen SPD-Mandatsträger ihrer Verantwortung gerecht geworden sind. Bis das der Fall ist, sollten Sie es vielleicht einmal eine Nummer kleiner machen. Wir werden im kommenden Umweltausschuss noch einmal Fragen und Möglichkeiten der Unterstützung mit dem Rechnungshof besprechen. Die vorliegenden Anträge werden sicherlich dabei helfen. Ich hoffe, dass auch die SPD bis dahin wieder zu einer ernsthaften und konstruktiven Arbeitsweise zurückfindet. Danke, Frau Arnoldt. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Scheuch-Paschkewitz gemeldet. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Jetzt wird es unappetitlich und gesundheitsgefährdend. Listerien in Wurst und auf Gurken, Dioxin und PCB in Bioeiern, Salmonellen und schwere Hygienemängel in verarbeiteten Betrieben, die über Jahre nicht kontrolliert wurden, falsche Einstufungen in Risikoklassen und mangelnde Transparenz sowie fehlende Informationen. Die Liste der Lebensmittelskandale und das Versagen in Hessen werden immer länger. Verantwortlich sind dafür nicht nur einzelne schwarze Schafe in der Branche, sondern ein Fehler im System. Ich zitiere. Eine kommunal organisierte Lebensüberwachung ist der Realität der Lebensmittelproduktion im 21. Jahrhundert längst nicht mehr gewachsen, stellt der Bundesverband der Verbraucherinnen und Zentralen fest. Dazu kommt eine Ministerin, die nicht in der Lage oder willens ist, das Kontrolldesaster in den Griff zu bekommen und die Strukturen zu verbessern. Wir möchten die Lebensmittelüberwachung in Hessen deshalb grundlegend neu aufstellen. Wir schlagen vor, die Gründung einer unabhängigen Landesanstalt für Lebensmittelüberwachung mit regionalen Außenstellen vor. Die Kommunalisierung unter der Regierung Koch war ein großer Fehler. Expertise, Zuständigkeiten und Kompetenzen der Überwachung müssen wieder auf Landesebene zusammengeführt werden. Vier Hauptgründe möchte ich dafür nennen. Erstens. Eine kommunal organisierte Lebensmittelüberwachung kann bei überregional und international arbeitenden Betrieben nicht mehr mithalten. Die dazu nötigen Kompetenzen jeweils lokal aufzubauen, ist fast unmöglich. Zweitens. Das Prinzip, den Kreisen und Kommunen pauschale Mittel für die Überwachung zur Verfügung zu stellen, hat zu großen Kontrolllücken geführt. Aber alle können auch nicht damit umgehen. Drittens. Eine große Nähe zu den heimischen Betrieben, die auch Arbeitgeber und Versorger sind, kann zu Interessenkonflikten führen, siehe Wilke-Wurst. Viertens. Die Fachaufsicht hat versagt. Folglich brauchen wir eine unabhängige Behörde. Dass es mehr als die vorgeschriebenen Mindestkontrollen und zentrale Kontrolleinrichtungen braucht, waren die Lehren aus dem Wilke-Skandal. Drei Jahre nach Wilke wird die Anzahl der Mindestkontrollen in Hessen noch immer nicht erreicht. Damals hat sich die Ministerin mehr Weisungsbefugnisse geschaffen. Wie wir im Ausschuss erfragt haben, hat sie diese aber nicht eingesetzt, um die Kontrolllücken zu schließen. Das nenne ich eklatante Führungsfehler, aber keine Spur von Fehlerkultur. Die Ministerin zieht die Schuld wieder aus, schließlich bei den Kreisen, und das ist beschämt. Schlimmer noch, Frau Hinz hat trotz der großen Kritik im Bundesrat sogar für eine Absenkung der Regelkontrollen gestimmt. Ohne Regelkontrollen fallen Problembetriebe, die häufiger kontrolliert werden müssten, erst gar nicht auf. Das geht so nicht. Das sind Führungsfehler, und das Maß an Verfehlungen ist voll. Sie wissen doch gar nicht, was in den Kreisen passiert. In Ihrem Antrag schreiben die Regierungsfraktionen, dass es einen deutlichen Personalzuwachs gegeben hätte. Wir haben im Ausschuss vor zwei Wochen nachgefragt. Sie waren doch dabei. Ja, es sind zwar mehr Stellen bewilligt worden, aber die Ministerin konnte nicht sagen, ob diese auch besetzt worden sind. Dazu liegen ihr keine Zahlen vor. So war die Antwort. Der berechtigten Forderung des Landesrechnungshofs nach einer Personalbedarfsrechnung hat Frau Hinz wortreich eine Absage erteilt. Was ist los? Wollen Sie nicht? Können Sie nicht? Das kann nicht so weitergehen. Sie bekommen die Missstände nicht in den Griff. Sie weigern sich, Defiziten auf den Grund zu gehen. Sie sorgen sogar selbst für weniger Kontrollen. Unser Schluss daraus. Die Lebensmittelkontrolle muss in einer eigenen Landesanstalt neu geordnet werden. Unser Antrag orientiert sich an den Empfehlungen des Bundesverbands, der Verbraucherinnenzentralen und von Foodwatch. Ich kann Ihnen diese Lektüre nur ans Herz legen und empfehlen. – Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion bitte ich nun Herrn Schenk ans Rednerpult. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Frau Ministerin, es war diesmal nicht das Glück der Tüchtigen. Es war vielmehr Kommissar Zufall, der das Ermittlungsteam und ihre sogenannte Taskforce zum Herd der Listerienkeime in den Gemüseverarbeitungsbetrieb in Gernsheim führte. Das begrüßen wir ausdrücklich. Eines muss man Ihnen lassen. Das war schon ein besonderer Auftritt in der letzten ULA-Sitzung. Eine gefühlte Ewigkeit lang haben Sie mit viel Selbstlob die Aufklärung des neuerlichen Lebensmittelskantals zelebriert. Dies wird uns allerdings nicht den nüchternen Blick auf die Realität einer desolaten Praxis der Lebensmittelüberwachung versperren. Denn zur Erzeugung einer gewissen Lernkurve in Sachen Lebensmittelüberwachung bedurfte es erst des Wilke-Wurst-Skandals. Da erinnern wir uns doch sehr schweren Herzens dran. Es starben Menschen oder Erkrankten ernsthaft, bis die schwerwiegenden Defizite gerade auch in Ihrem Verantwortungsbereich, Frau Ministerin, schonungslos aufgedeckt werden konnten. Wieder einmal waren es Listerienkeime, welche diese neuerliche Lebensmittelvergiftung auslösten. Abgesehen von der Primärverantwortlichkeit des Lebensmittelverarbeiters trifft auch hier wieder einmal die alleinige Schuld den Landtag und die Veterinärbehörde des Landkreises Groß-Gerau. Die letzte Kontrolle fand 2019 statt zweimal jährlich. Die Corona-Pandemie hätte auch noch eine Mitschuld an dieser Misere. Ihre Mitverantwortung sehen Sie allerdings nicht. Verehrte Damen und Herren, das kommt uns sehr bekannt vor, denn das hatten wir schon einmal. Bereits der Flickenteppich aus Abweichungen von Soll- und Istzustand der Hygienekontrollen in den einzelnen Veterinärbezirken belegt in eindrucksvoller Weise Ihre unprofessionelle Arbeitsorganisation. Für diese ineffektive Behördenorganisation tragen Sie, Frau Ministerin Hinz, die alleinige Verantwortung. Es geht hier um nichts Geringeres als um die Lebensmittelsicherheit in Hessen und damit um die Gesundheit unserer Bürger. Deren Gewährleistung ist Ihre zentrale Aufgabe und liegt in Ihrer Verantwortung. Sie sind diejenige Ministerin, die für die Organisation eines effizienten und effektiven Hygiene-TÜVs in Hessen Sorge zu tragen hat. Vielleicht nehmen Sie sich ein Beispiel am TÜV für die 55 Millionen Kraftfahrzeuge mit den Prüfintervallen von drei Jahren für Neufahrzeuge, ansonsten zwei Jahre für Pkw und Lkw jährlich mit halbjähriger Zwischenprüfung. Dort funktioniert es reibungslos. Die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge ist durchweg gegeben. Analoges wünschen wir uns auch für die Bereiche Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit. Verehrte Damen und Herren, daher sollten neue Wege gegangen werden. Foodwatch, das ist ja schon erwähnt worden, fordert die Veröffentlichung der Ergebnisse. Eine Hygieneampel oder eine Art TÜV-Plakette könnten ein wirksamer Anreiz für die Betriebe sein. Es gilt, Interessenkonflikte bei der Lebensmittelüberwachung aufzulösen. Mir scheint jedoch, Frau Ministerin, Sie sind mit der Lösung dieser Problemstellung überfordert. Auf die Beratung im Ausschuss freuen wir uns schon. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Für BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN bitte ich nun Frau Kronemann nach vorne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Freien Demokraten haben heute eine Aktuelle Stunde zum Thema Lebensmittelsicherheit beantragt. Ganz ehrlich, fünf Minuten reichen bei weitem nicht aus, um dem Thema in seiner Komplexität auch gerecht zu werden. Aber wir haben auch gemerkt, darum geht es hier auch nicht. Es geht hier lediglich um politisches Klein-Klein, und das wird nicht der Sache gerecht. Ich möchte hier gerne ein paar Punkte aufgreifen, weil da ja viele Unterstellungen dabei waren, die ich so einfach nicht stehen lassen kann. Unterstellungen sage ich deshalb, weil einige, also Sie hatten einen Berichtsantrag gestellt, DIE LINKE hatte einen Berichtsantrag gestellt, und die Ministerin hatte diese ausführlichst beantwortet. Dann stellen Sie sich hierhin und schreiben Anträge, und da ignorieren Sie das einfach komplett, was in den Antworten gesagt worden ist, und behaupten einfach einmal das Gegenteil. Deshalb möchte ich hier einige Punkte noch einmal aufgreifen und noch einmal mit ihnen durchgehen. Dann fangen wir noch einmal an mit der Hauptverantwortung. Die Hauptverantwortung, um das noch einmal ganz klar zu betonen, liegt bei den Betrieben. Diese müssen die Hygienevorschriften einhalten. Sie müssen dieser Verantwortung nachkommen, und das per Eigenkontrolle in Ihrem Antrag kein Wort dazu, und auch in Ihrem Antrag kein einziges Wort dazu. Die Kontrolle der Betriebe, das hat die Kollegin Arnold auch schon gesagt, ist seit 2005 durch die Kommunalisierung – das war nicht unsere Idee, wissen wir, aber die Kommunen wollten es damals – seitdem festgeschriebene Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte. Sie sind für die Durchführung der Kontrollen, die Anordnung der Maßnahmen, die Kontrollen der Maßnahmen, das Sanktionieren von Verstößen, das Veröffentlichen von Verstößen und für die Bereitstellung des Personals für diese Aufgaben zuständig. Kein Wort darüber in Ihrem Antrag, kein Wort darüber in Ihrem Antrag. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Da gerne auch das Thema Personal immer wieder ein Thema ist, wird immer wieder angeführt, mehr Personal würde automatisch mehr Kontrollen bedeuten und dadurch auch mehr Prävention da werden. Ganz ehrlich, das lässt sich weder an Wilke noch an Maus festmachen. Der Betrieb Wilke wurde im Frühjahr und auch im August von den amtlichen Lebensmittelkontrollern kontrolliert. Was Sie nicht getan haben, ist, die gravierenden Mängel, die wir alle von den Fotos kennen, an das zuständige RP zu melden. Sofort hätte der Betrieb geschlossen werden können, hätten Sie das getan. Es war die Qualität der Kontrollen, nicht die Quantität, die hier das Problem war. Im Fall Maus hat der Landkreis Groß-Gerrohr bis 2019 relativ hohe Vollzugsquoten gehabt. Er hat sogar nach Wilke drei zusätzliche Stellen geschaffen. Ab Anfang 2020, da war die letzte Kontrolle, ab dann wurde der Betrieb nicht mehr kontrolliert, obwohl er kurz vorher hochgestuft worden ist in der Risikoklasse, sodass er halbjährlich hätte kontrolliert werden müssen. Das Ministerium hatte mehrfach deutlich gemacht, dass während Corona die Kontrollen durchgeführt werden müssen. Sowohl der Landrat als auch der Kreisbeigeordnete haben klar gesagt, wir hätten die Kontrollen durchführen müssen, wir hätten das weiter tun müssen. Das ist unser Verschulden gewesen, und wir tragen die Verantwortung dafür. Es ist auch mehrfach anders dargestellt worden. Das Ministerium hat umgehend gehandelt, nachdem sie die Information bekommen hat, dass es im Fall Maus einen Verdachtsfall auf Listerien gibt. Das Sicherheitsnetz hat an dieser Stelle auch gegriffen. Ich will das nicht alles ausführen. Das ist auch hier schon passiert. Ich möchte aber noch einmal auf ein paar Punkte eingehen, die vorwiegend von der LINKEN vorwiegend kamen. Die Frage, wann ist ein Wie-Wo informiert worden? Ich glaube, die SPD hatte das ganz am Anfang auch schon einmal gebracht, nämlich die Frage der Prüfung durch den Landesrechnungshof. Da möchte ich noch einmal ganz klar sagen, nach Wilke und als wir auch über das Gesetz zur Stärkung der Fachaufsicht gesprochen haben, hat die Ministerin sowohl im Ausschuss als auch im Plenum – das war im Ausschuss am 27.11.2019 und im Plenum am 10.12. sowie am 12.12. sinngemäß gesagt – der Landesrechnungshof prüft gerade die Lebensmittelkontrollen. Wir werden uns diese Ergebnisse anschauen, und dann werden wir auch entsprechende Anpassungen an dieser Stelle treffen. Das hat die Ministerin Ihnen auch noch einmal im Ausschuss in Erinnerung gerufen. Sie haben in Erinnerung gerufen und hier das Gegenteil zu behaupten. Das geht einfach gar nicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit ist eine Daueraufgabe. Wir haben im Ausschuss gesagt, dass wir uns noch einmal vertieft auseinandersetzen können. Ich freue mich auf die Debatte, aber ich wäre Ihnen zutiefst verbunden, wenn wir sie auch anhand von Tatsachen führen könnten. – Danke schön. Für die SPD-Fraktion hat nun Herr Knut Juhn das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist immer so, dass immer die anderen Schuld haben. Nur die eigene Regierung macht keine Fehler. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der eigene Landrat macht auch Fehler, gar keine Frage. Wir haben auch eine Fehlerkultur. Fehler muss man auch zugestehen. Aber im Fall Groß-Gerau war es einer von Ihnen, nämlich der grüne EKB, der das Dezernat innehat. Insofern werde ich mir ganz ruhig. Meine Damen und Herren, wenn mich jemand fragen würde, ob die Lebensmittel in Hessen sicher sind, dann muss ich sagen, wenn ich mir die Kontrollen, die Sollkontrollen, den Erfüllungsgrad der Sollkontrollen einmal anschaue, die in 2020 unter 60 % lagen, dann muss ich sagen, es kann sein, dass es nicht so ganz gut ist im Land Hessen. Das bestätigt auch das, was der Landesrechnungshof sagt. Es liegt uns ja vor, der hat gesagt, selbst bei den risikoorientierten Betrieben war die Sollerfüllung lediglich bei 73,6 %. Entschuldigung, ich bitte um etwas mehr Ruhe auf der Regierungsbank. Das, meine Damen und Herren, muss doch zu denken geben. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass die Taskforce natürlich ihre Sache gut gemacht hat, im Fall Maus, gar keine Frage. Aber das ist doch genau die Ablenkung, die Sie gerade vornehmen. Es geht doch um etwas ganz anderes. Es geht doch darum, was ist im Vorfeld passiert. Da ist eben nicht viel passiert. Ich zitiere einmal den Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof schreibt, die Anforderungen an die Lebensmittelüberwachung erfüllten die Veterinärämter nur unzureichend. Unzureichend ist sechs, meine Damen und Herren. Das weiß die Frau Ministerin Hinz. Noch dazu schreibt er, die zu niedrige Kontrolldichte birgt das Risiko – jetzt sind wir bei der Fahrlässigkeit, Frau Arnold –, dass lebensmittelrechtliche Verstöße unbemerkt bleiben. Wenn ich das doch weiß, meine Damen und Herren, dann ist das auch ein Stück weit Fahrlässigkeit. Noch dazu schreibt der Landesrechnungshof. Also, Quantität und Qualität lassen sehr zu wünschen übrig. Den Grund, den es gibt, schreibt er übrigens auch. Es gibt keine nachvollziehbaren und belastbaren Bedarfsplanungen. Das hätte schon längst geschehen können. Es gibt auch keine Kostenstandards. Es gibt keine Aufgabenkataloge. Auch das hätte schon längst gemacht werden können. Wenn wir auf den jüngsten Skandal schauen, die Firma Maus und das kurz vormittag, dann ist das schon so. Natürlich ist immer erst einmal die Firma verantwortlich. Das ist doch ganz klar. Wenn ich Auto fahre, bin ich auch verantwortlich, dass ich alles richtig mache. Aber dann muss kontrolliert werden. Das hat eben nicht stattgefunden, jedenfalls nicht ausreichend. Wenn die Fachaufsicht, und die Fachaufsicht haben Sie nun einmal, dafür zuständig ist, möglicherweise auch einmal durchzugreifen, dann muss das auch passieren. Aber das ist nicht passiert. Ich will auch auf die Kommunalisierung eingehen. Ja, 2005 wurde das kommunalisiert, und die Veterinäramter, die 26, waren selbst zuständig. Ihnen wurde aber auch versprochen, und Ihnen wurde ein Pauschalbetrag übrigens auch gegeben, der bis heute unverändert ist. Ihnen wurde versprochen, ebenso auch dem Land, dass es kostenneutral für beide Seiten sein soll. Das ist es aber nicht, meine Damen und Herren. Wenn Sie den Bericht des Landesrechnungshofs einmal angucken, dann war es so, dass die Landkreise und die kreisfreien Städte in 2016, so schreibt es der Rechnungshof, 30,7 % der Kosten hatten, und bereits zwei Jahre später 39,4 % der Kosten. Dann schreibt der Landesrechnungshof auch weiter. Das ist doch auch ganz klar, weil die EU-Verordnungen die Anforderungen sich deutlich geändert haben. Deswegen brauchen die Veterinäramter eben diese Aufgabenbeschreibung. Sie brauchen mehr Personal. Daher wird uns Frau Ministerin natürlich auch gleich erzählen, dass das Personal zugenommen hat. Ja, etwa 9 %, aber das reicht bei Weitem nicht aus. Das wird sehr deutlich im Bericht des Landesrechnungshofs. Darauf gründe ich mich. Das ist doch das, was Sie, Frau Ministerin, annehmen müssen. Sie haben uns in der letzten Ausschusssitzung mitgeteilt, dass es eine Zusammenkunft mit dem Landesrechnungshof und uns im Ausschuss gibt, und wir darüber diskutieren. Gestern schmeißen Sie dann einen dringlichen Antrag hier rein. Das halte ich für unlauter. Das hätte man erst diskutieren können, so wie wir unseren Antrag dann zurückgezogen haben, weil Sie das angekündigt haben. Sie haben Ihr Versprechen nicht gehalten. Das nehme ich Ihnen sehr, sehr übel. Herr John, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, aber ich gebe zu, fünf Minuten reichen bei diesem diffizilen Thema nicht aus. Ich wiederhole es noch einmal. die Anforderungen an die Lebensmittelüberwachung erfüllten. Nur unzureichend. Das ist Note 6. Bei Note 6 bekommen leider auch Sie, Frau Ministerin, mit auf den Weg. Jetzt müssen Sie liefern. Liefern Sie endlich. Das darf nicht noch einmal passieren. Für die Landesregierung erteile ich nun Frau Umweltministerin Hinz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, der Zustand des Betriebes Maus war inakzeptabel. Ja, es ist klar, dass die Kontrolltätigkeit des Kreises Groß-Gerau während der Corona-Pandemie unzureichend war. Das hat der Landkreis selbst eingeräumt. Und obwohl durch mehrere Erlasse von uns der obersten Fachaufsicht vorgegeben war, kein Nachlassen in der Pandemie. Meine Damen und Herren, der Landkreis hat bereits organisatorische Maßnahmen getroffen, sein Versäumnis abzustellen. Das unterstütze ich sehr. Sehr geehrte Abgeordnete, Lebensmittelerkrankungen sind leider keine Seltenheit. Es laufen derzeit bundes- und europaweit Ermittlungen zu rund 80 Ausbruchsklastern von Listerien im Moment, rund 40 Clustern von Salmonellen und zu acht Clustern von Hepatitis-Erregern. Daran beteiligen wir uns, an dem Aufspüren der Quellen, der Ursachen. In Hessen hatten wir in den letzten zwölf Monaten zu elf listeriose Clustern Ermittlungen. Bei zehn dieser Cluster sind andere Bundesländer beteiligt. Bei einem Cluster wurde die Quelle einem Betrieb in Hessen zugeordnet. Nachdem die Information des Bundes bei uns eingegangen ist, dass die Ursache voraussichtlich in Hessen liegt, hat die Taskforce reagiert. Wir haben sie aufgefordert, in Aktion zu treten. Sie hat die Ursache gefunden. Der verdächtige Betrieb war dann nicht nur nach wenigen Tagen ermittelt, sondern sogar geschlossen, bevor die finalen Laborergebnisse vorhanden waren, dass es wirklich dieser Betrieb ist, in dem die Listeriose entstanden ist. Bevor es ist wirklich in diesem Fall gut gelaufen, ab dem Zeitpunkt, wo das Land die Verantwortung hatte, hat es reibungslos funktioniert. Frau Abg. Knell, das mussten Sie sogar im Ausschuss zugestehen, dass ab dem Zeitpunkt alles gut gelaufen ist. Wir haben die Lebensmittelkontrolle in den letzten zwei Jahren gestärkt, erstens durch das Zwei-Behörden-Prinzip der Regierungspräsidien im Rahmen des gemeinsamen Kontrollkonzepts. Wir entlassen damit nicht nur die Ämter, sondern wir haben gleichzeitig als Fachaufsicht damit auch ein Auge auf die Kontrollen. Es ist wichtig, dass sie merken, dass da immer noch jemand mit guckt. Zweitens haben wir die Berichtspflichten der Veterinärämter ausgeweitet. Drittens haben wir die Fachaufsicht und die Taskforce personell gestärkt, was unter anderem dazu geführt hat, dass der Fall Maus so schnell aufgeklärt werden konnte. Viertens haben wir die Schulung der Ämter zur Überprüfung der Eigenkontrollsysteme der Betriebe verbessert. Das geht mir leider ein bisschen unter, auch in der Debatte hier, dass die Betriebe die Erstverantwortlichen sind. Sie sind dafür zuständig, Lebensmittel in Umlauf zu bringen, die nicht gesundheitsschädlich sind. Ich wundere mich manchmal, dass die FDP, die so für das freie Unternehmertum ist, hierzu kein Wort verliert. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit ist eine Daueraufgabe. Deswegen wollen wir das bisherige Kontrollkonzept auf weitere, bisher besonders spezialisierte Betriebe ausdehnen, die nicht EU-zugelassen sind. Maus war nicht EU-zugelassen. Das heißt, die Fachaufsicht des Regierungspräsidiums hat diesen Betrieb nicht sehen können, weil keine Zulassung für diesen Betrieb notwendig ist. Auch das habe ich Ihnen schon mehrfach erklärt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN in konstruktiven Gesprächen, genau wie mit der DEHOGA. Der Hessische Rechnungshof hat weitere Vorschläge gemacht. Auf meinen Vorschlag hin wird er das im nächsten Umweltausschuss entsprechend den Abgeordneten vorstellen. Da haben wir eine Diskussion. Der Antrag ist nicht zurückgezogen, sondern zurückgestellt. Die anderen Anträge werden dazugestellt. Insofern freue ich mich weiter auf die lebendige Debatte. Aber klar ist, beim Fall Maus hat die Fachaufsicht das Land funktioniert. – Danke fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, damit haben wir auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Es ist darum gebeten worden, dass der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten Drucksache 20-8398, der Dringliche Antrag der Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Drucksache 20-8452, Drucksache 20-8458, zur weiteren Beratung an den Umweltausschuss überwiesen wird. So verfahren wir.